Warum Vitamin K2 dich vor Herzinfarkt und Schlaganfall, Arthrose und Alzheimer schützt, deine Knochen gesund hält und welche weiteren Vorteile es dir bringt. Bekannt sind insgesamt zwei Formen von Vitamin K, unterschieden wird hier unter K1 und K2. K1 genannt Phylochinon, ist für die Blutgerinnung und Wundheilung unerlässlich, denn es ist für die Bildung von sogenanntem Prothrombin, was eine Gerinnungsfaktorvorstufe in deiner Leber ist, verantwortlich. Vitamin K1 kommt in pflanzlichen Produkten wie grünem Blattgemüse, Salaten und Kohlarten wie Grünkohl und Rosenkohl, in natürlicher Form vor. K2 unterstützt ebenfalls die Blutgerinnung und Gefäßintegrität, nimmt jedoch eine wesentlich größere Rolle in Bezug auf Kalzium bzw. Kalzifizierung ein. Es sorgt dafür, dass Kalzium in deinen Knochen landet und dort auch bleibt. Hat es sich nicht in deinen Knochen, sondern in deinen Arterien und Blutgefäßen, Herz, Gelenken, Gehirn, Nieren und Galle in Form von Nieren und Gallensteinen abgelagert, hat K2 die Fähigkeit, es dort effektiv zu entfernen und es wieder in deine Knochen zu schleusen. K2 dient zudem der Energiegewinnung, indem es deine Energiezentren genannt Mitochondrien aktiviert. Was du isst, wird optimal in Energie umgewandelt und deine Leistungsfähigkeit sowie Herzleistung deutlich erhöht. Beim Sport hast du dadurch mehr Ausdauer und Kraft. Tatsächlich gibt es mehrere Formen von K2. Diese werden Menachinone genannt und heißen Mk4, Mk6, Mk7 und Mk9 Einige Formen von K2, besonders Mk4, kommen in tierischen Produkten vor. Sie entstehen aufgrund der Fermentierung von Nahrungsmitteln durch Bakterien im Darm. Das produzierte K2 wird dann im Gewebe gespeichert und aktiviert. Die hochwertigste und wirksamste Form ist Mk7, was du in Natto findest. Dies ist ein typisch japanisches Gericht und besteht aus fermentierten Sojabohnen. K2 ist außerdem in Butter, Eigelb, Gänse und Entenleber und fermentiertem Käse, wie zum Beispiel Camembert zu finden. Eine Vergabe von Vitamin K1 und K2 kommt vielen Patienten mit Erkrankungen des Magendarmtraktes, Herzkranken, Schwangeren und Frauen in der Menopause zugute. Auch Menschen, welche auf Antibiotika und Cholesterinsenker angewiesen sind, sollte Vitamin K verschrieben werden. Jedoch bitte in natürlicher, biologischer Form. Es ist wichtig zu wissen, dass ohne ein gut laufendes Verdauungssystem und dazu zählt auch die Fettverdauung mit Hilfe einer gesunden Galle, fettlösliche Vitamine wie K1 und K2 nicht vollständig, bis gar nicht absorbiert werden können. Außerdem sollte K2 immer in Verbindung mit Vitamin D3 konsumiert werden, da diese sich in ihrer Wirkung verstärken und ein Team bilden. Welche Lebensmittel sind reich an Vitamin K1 und 2? Folge mir gerne in den nächsten Episoden. Danke, dass du eingeschaltet hast.